Hallo und willkommen zur nächsten Reihe. Diesmal geht es um Scribus, ein Desktop-Publishing-Programm, ähnlich wie Quarks oder InDesign, nur kostenlos. Und das schauen wir uns in den nächsten Clips genauer an. Bevor wir mit Scribus arbeiten, müssen wir sicherstellen, dass GhostScript auf dem PC installiert ist. GhostScript wird dafür verwendet, dass Scribus später dann PDF schreiben kann, dass sie bestimmte Dinge auf dem Bildschirm darstellen können. Das muss also vorher installiert sein und dann geht es auf zu Scribus. Jetzt kurz der Unterschied zwischen Scribus und zum Beispiel dem Microsoft Publisher. Wenn ich hier im Publisher zum Beispiel eine Datei einfüge, eine Bilddatei, und ich würde die wieder löschen, dann würde dieses Bild hier erhalten bleiben. Wenn ich das Ganze aber in Scribus mache, ich füge hier jetzt auch ein Bild ein, speichere das kurz. Und auch die Publisher-Datei schließe das Ganze. Jetzt habe ich also zwei Dokumente, einmal die Publisher-Datei und die Scribus-Datei, die verknüpft sind mit diesem Bild. So, und jetzt mache ich folgendes. Ich verschiebe dieses Bild mal in den Papierkorb und, wenn ich den Publisher öffne, habe ich das Bild noch da. Wenn ich die Scribus-Datei öffne, ist dieses Bild weg. Also, das bedeutet, erster Unterschied zum Publisher oder allgemein Desktop-Publishing-Programme, sie stellen eine Verknüpfung zu dem jeweiligen Bild her. Und man muss sich praktisch im Vorherein überlegen, wie ist die Dateistruktur angelegt, wo sind meine Bilder gespeichert. Da müssen sie auch bleiben bis zum Schluss, bis man aus der fertigen Datei dann praktisch ein PDF-Dokument gemacht hat und die Arbeit dann fertiggestellt ist. Beim Text ist das nicht der Fall. Also, wenn ich hier entsprechend ein Textfeld habe, ziehe hier Text rein, speichere das Ganze, nochmal speichern und schließen. Und die Textdatei verschiebe ich ebenfalls in den Papierkorb, mache die Scribus-Datei nochmal auf. Dann ist also der Text noch erhalten. Hier sieht man auch nochmal einen Unterschied. Ich schreibe jetzt nicht einfach wie im Word hier drauf los, sondern ich brauche immer, wenn ich Text einfüge, zuerst ein Textfeld. Also, diese beiden Dinge machen ein Desktop-Publishing-Programm aus. Die Bilder werden verknüpft und Text wird in Textfeldern entsprechend eingefügt. Ja, wenn man jetzt anfängt, hier eine Vorlage zu öffnen, es geht unter Datei neu, kann man hier erstmal auswählen, was möchte man da eigentlich genau. Wir brauchen verstärkt den Flyer. Allerdings ist es nicht empfehlenswert, hier schon die vorgefertigte Flyer-Vorlage zu verwenden. Das Ganze sähe dann so aus. Hier müssen wir noch umstellen auf Millimeter. Die linke Seite beim Flyer wäre praktisch unsere erste Seite. Und insgesamt sind es dann sechs Seiten. Wenn man das entsprechend öffnet, dann sieht es zwar so aus, allerdings ist jetzt praktisch jede dieser Seiten DIN A4 groß. Und wenn man das entsprechend in der Schule ausdrucken würde, würden hier jetzt sechs verschiedene Seiten rauskommen. Und wir brauchen ja praktisch ein DIN A4-Format quer mit den Spalten jeweils auf jeder Seite. Das bedeutet, wenn wir also eine neue Seite einrichten, sagen wir Datei neu, wir haben die Größe DIN A4, wir nehmen das Ganze im Querformat, wir stellen um auf Millimeter. Hier müssen wir schauen, was wir für einen Satz, hier machen wir die Kette zu, dann können wir hier insgesamt die Ränder mit einem Klick einstellen. Hier machen wir mal zwei Millimeter und haben hier entsprechend dieses Dokument drin. Wenn wir noch eine Seite einfügen wollen, haben wir die hier entsprechend darunter. Ja, für den Flyer, für den Dreiseitigen wäre es hilfreich, wenn wir hier auch eine entsprechende Abgrenzung hätten. Das würde man mit sogenannten Hilfslinien machen. Die kann man hier mit der Maus entsprechend rausziehen, dann wird es aber recht ungenau. Man kann aber hier unter Seite Hilfslinien bearbeiten, kann man hier unter Spalte Zeile umstellen auf Ränder. Und hier kann ich entsprechende Linien einstellen, je nachdem, wie viel ich brauche. Beim dreiseitigen Flyer bräuchte ich hier zwei Linien. Dann habe ich eine Drittelung dieser Seite. Ich kann hier noch einen Abstand entsprechend einstellen, wenn ich meine Objekte vielleicht zur Knickkante nicht ganz ausrichten möchte. Ich lasse das mal weg hier und dann kann ich hier sagen, auf alle Seite anwenden. Und dann habe ich die auf beiden Seiten drauf. Der Vorteil ist jetzt, wenn bei Seite am Raster ausrichten, an Hilfslinien ausrichten, wenn es aktiviert ist, dann kann ich hier mit einem Objekt hier nur in die Nähe gehen. Ich mache es mal größer. Und dann richtet sich dieses Objekt exakt an diesen Hilfslinien aus. Man könnte hier sogar noch feiner werden. Bei Ansicht und Raster anzeigen bekomme ich noch ein sehr viel feingliedriges Raster. Und man sieht, das Objekt hupft jetzt nur von Quadrat zu Quadrat. Das ist hilfreich, wenn man mehrere Objekte genau ausrichten möchte. Und dann kann man mehrere eben entsprechend auf eine Linie bringen, so dass das praktisch viel besser aussieht, als wenn das ein bisschen abweicht. Dann fällt es vielleicht erst beim Ausdruck auf. Eine kurze Ergänzung noch, falls dieses PDF in eine Druckerei soll und die Druckerei macht den Druck und den Schnitt und die Faltung und Leimung, dann ist es wichtig, zu dem Bildrand einen entsprechenden Anschnitt zuzugeben. Also wir haben jetzt hier einmal den Rand vom Blatt. Den kann man auch entsprechend setzen. Hier sollte man die Kette schließen, dass es hier in allen Richtungen gleich ist. Hier setzen wir mal 2 mm. Das hat sich hier ausgewirkt. Und der Anschnitt ist dann praktisch über dem Blattrand. Manche Druckereien wollen da 3 mm haben. Das können wir mal machen. 3 mm entsprechend angeben. Und man sieht hier jetzt, wir haben hier den Seitenrand, den Bildrand und das schwarze. Das ist praktisch der Schnittrand. Und es ist dann so, wenn man jetzt ein Bild einfügt, dann sollte das entsprechend bis hier rausgezogen werden. Weil es kann sein, wenn man das nur bis hier hin schiebt und das Schnittmesser hier entsprechend zwischen der roten und der schwarzen Linie entlang schneidet, dann kann es sein, dass also über dem Bild so ein weißer Rand stehen bleibt. Man nennt das dann Blitzränder. Und deshalb ist es immer am sichersten, das Bild hier ganz zur schwarzen Linie zu setzen, weil hier innerhalb dieses Bildes dann praktisch das Schnittmesser verläuft. Und hier hat man dann einen randlosen Druck sozusagen.